Nervös? Ja klar, ich hab doch gar keine Ahnung von 8-jährigen Mädchen. Aber vielleicht ist es ja ein Ding des Schicksals, dass ich mein Leben nochmal komplett umkrempeln soll. Du willst sie wirklich bei dir haben? Wie stellst du dir das vor? Wir sind das ganze Jahr unterwegs. Ach komm, ich... Ich hab doch noch nie davor zurückgescheut, was Neues zu machen. Guck mal! Super, Clara, das machst du ganz toll! Sie ist ein Naturtalent. Von wem sie das noch hat? Von wem sie das noch hat? Du bist dir aber irgendwie unsicher. Was? Nein, ich bin mir... Unsicher. Ne, nicht unsicher. Hast du mich deswegen versetzt? Was? Was? Ob du mich deswegen am Flughafen versetzt hast? Was? Nein, ich hab dich angerufen, weil ich wollte, dass du mich abholst. Ja, du hast mich aber eben nicht angerufen. Was ist bitte mit diesem Scheiß-Handy aufhören? Ich komm nach sechs Monaten aus Afrika zurück. Nach sechs Monaten harter Arbeit. Und... Und du empfängst mich so... Ich hab keine Ahnung wie. Ich hab keine Ahnung wie. Entschuldige, das ist Leo. Ich hab keine Ahnung wie. Ich hab keine Ahnung wie. Entschuldige, das ist Leo. Ich hab keine Ahnung wie. Ich hab keine Ahnung wie. Euer Christian. iros passing recognised schon... ... D Bis zum nächsten Mal.